Meistens, wenn wir Ortsentwicklung machen, kommen wir zu einem Ort und sehen, was alles eigentlich schon vorhanden ist, nur die Leute spüren das nicht immer. Und dieses Spüren, wieder erlebbar zu machen, kann man einfach nur, indem man den Ort begeht. Man wird Musik erleben, man wird Literatur erleben, es wird eine Linde gepflanzt und es wird ein gemeinsamer Ort gelebt. So kommen wir am Ende zur Baukultur.